Man sieht jetzt dort die Szenen, die man sich in Deutschland in den schlimmsten Vorstellungen ausgemalt hat. Die Patienten liegen teilweise vorm Krankenhaus. Ihnen kann nicht geholfen werden. Manche ersticken vorm Krankenhaus, manche ersticken im Krankenhaus. In Indien sind die Ansteckungsraten in den letzten Wochen steil nach oben gegangen. Momentan liegt sie bei über 350.000 Neuinfektionen pro Tag. Experten gehen allerdings von einer hohen Dunkelziffer aus. Die Zahlen muss man immer ein bisschen einbetten darin, dass es ein riesengroßes Land ist, 1,4 Milliarden Menschen. Das heißt, die Ansteckungsraten an sich sind es eigentlich nicht, die so schlimm sind. Tatsächlich sind dann die totalen Zahlen der Menschen, die ins Krankenhaus kommen, das sind die Zahlen, die das indische Gesundheitssystem im Grunde in den Kollaps gebracht haben. Das heißt, die totalen Zahlen, wenn man sie ins Verhältnis setzt, sind gar nicht so wahnsinnig brutal. Aber die Szenen, die sich jetzt tatsächlich in den Krankenhäusern abspielen, sind herzzerressend. Ende letzten Jahres waren die Zahlen niedrig. Premierminister Modi rief bereits den Sieg gegen das Virus aus. Im April erlaubte er sogar das Hindu-Fest Kumbh Mela, ganz ohne Corona-Beschränkung. Millionen Pilger haben sich am Ufer des Ganges versammelt, um gemeinsam zu feiern. Ein Superspreader-Event, das auch politische Konsequenzen haben könnte. Eine der Wahlen, nämlich die in West-Bengalen, eine wichtige Wahl, wegen derer auch zum Beispiel keine neuen Lockdowns verhängt wurden, die hat Modi bzw. hat die Regierungspartei jetzt relativ krachend verloren. Das kann schon sein, dass das politische Auswirkungen hat. Es ist allerdings auch so, dass die nächsten Parlamentswahlen erst in drei Jahren sind. Bis dahin passiert natürlich noch sehr viel. Und wie gesagt, Modi adressiert sehr gezielt die Mehrheit der Hindus im Land. Deswegen haben sie die Kumbh Mela ja nicht abgesagt. Unter Umständen lohnt sich das bei den nächsten Wahlen sogar. Das werden wir erst in drei Jahren erfahren. Große Hoffnung wird in die Impfkampagne gesetzt. Das Serum Institute of India ist einer der größten Impfstoffhersteller weltweit. Eigentlich werden hier preiswerte Impfstoffe gegen Krankheiten wie Hepatitis, Tollwut, Polio oder Diphtherie produziert. Jetzt wurden 50 Prozent der Produktionskapazitäten auf die Herstellung von Corona-Impfstoffen umgestellt. Das Problem ist, die kommen nicht so schnell hinterher. Es ist wie gesagt eine sehr, sehr große Bevölkerung. Plus es gibt andere Verpflichtungen. Also es gibt das Covax-Impfprogramm. Die Regierung hat Impfpolitik betrieben. Das heißt, sie hat Vakzine auch außer Landes geschickt, was im Grunde ja eine gute Sache war. Gleichzeitig ist aber die Impfstrategie im Land ins Stocken geraten, was auch logistische Probleme hatte. Das ist sehr, sehr groß. Indien, das heißt, man kriegt die gar nicht so einfach überall hingeschifft. Und deswegen hängt das insgesamt ein bisschen. Die impfen sozusagen gegen die Welle an jetzt. 61 Millionen Menschen haben in Indien bereits beide Impfungen bekommen. Weitere 51 Millionen die erste Dosis. Seit Mai dürfen sich auch die über 18-Jährigen impfen lassen. Das sind circa 600 Millionen Menschen, die dazukommen. Aber bis große Teile der Bevölkerung geimpft sind, wird es noch Monate dauern. Um das Gesundheitssystem zu entlasten, braucht es nun vor allem Notfallhilfe. Eines der größten Probleme ist der Nachschub an Sauerstoff. Einerseits was die Produktion, andererseits aber auch was den Transport angeht. Es ist jetzt eine sehr große internationale Hilfsaktion angelaufen. Die Bundeswehr zum Beispiel hat so mobile Sauerstoffproduktionsfabriken nach Indien geschickt. Die laufen auch schon. Das Problem ist auch, den Sauerstoff im Land zu verteilen, ihn dahin zu bekommen, wo man ihn braucht. Die USA haben ein Exportverbot für Rohstoffe zur Vakzinherstellung aufgehoben, damit das hochgefahren werden kann. Das Problem ist natürlich, dass das alles ein bisschen dauert. Das heißt, die schrecklichen Zahlen, auf die man jetzt die ganze Welt guckt, die werden noch eine Weile steigen. Und man kann nur hoffen, dass alle Hilfsaktionen, auch die ganze medizinische Versorgung, die USA schicken, auch teilweise Ärzte und Helfer, dass das ein bisschen Linderung verschafft. Aber ansonsten ist leider zu befürchten, dass man noch ein paar Tage diese schlimmen Zahlen mit angucken muss.